Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Indie und herzlich willkommen zum fünften Bingslip-Spiel! Ja, meine lieben Freunde, wir haben uns heute wieder über Facebook einen Gewinner ausgelost, der heute die einmalige Chance hat, gegen uns um satte 500.000 Ultimate-Münzen zu zocken. Ja, Freunde, ihr fragt euch sicherlich, wo bleibt das Wager-Match? Ich habe es euch ja eigentlich versprochen, dass es heute online kommt. Das wird leider erst am Freitag online kommen, denn es gab mit dem Gameplay ein paar Probleme. Ich muss das Video jetzt nochmal neu konvertieren, verarbeiten lassen und sowas. Aber ich kriege da schon alles hin, Freunde, keine Sorge. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt ins Spiel. Ich bin richtig heiß, heute zu gewinnen. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren, denn wir wollen uns ja weiter ein neues Team bilden mit Ronaldo, Bale, Neymar und vielleicht Messi. Oder vielleicht träume ich gerade auch nur. Ja, Freunde, alles klar, wir starten jetzt auch direkt. Ab geht's! Und da ist er auch schon direkt. Philco, FIFA, FC Phil, Korea. Hat er ein Korea-Team oder was? Auf Rille der Typ. So, jetzt schauen wir uns mal auf jeden Fall sein Team an. Er hat heute die Chance, 500.000 Münzen zu gewinnen. Was hat er hier uns für ein Team zu bieten? Ach du Scheiße! Jogi, was ist das denn? Oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie viel Pace die alle haben, Alter. Junge, das wird mal jetzt ein geiles Spiel, Alter. Da bin ich mal gespannt. Guck mal, der Torwart, den Super Saiyajin 4 mit roten Haaren, Alter. Alter, Junge, ab geht's, Freunde! Jetzt haben wir jetzt T.O.T., der macht den Roulette, setzt sich hier durch, bleibt stehen. Der Gegner kommt, wir gehen vorbei, T.O.T. Ach du Scheiße, jetzt haben wir Paki. Paki, Utaing, Aing, Aing. Paki, Utaing, Aing. Paki, Utaing, Aing, Aing. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Elastico Chop, Chop hier durch, zwei Mann, setz dich durch, Rulette, Chicaoui wieder mit dem Chop, oh mein Gott. Ach Gott, Kieger, viel FIFA, der YouTuber, äh, Pinkskip, äh, halbzeit 1.5 Minuten. Ey, Digger, der hat, glaub ich, vergessen, sein Kinect auszumachen. Ja, Freunde, der Gegner spielt auf jeden Fall richtig gut. Ich hätt niemals gedacht, dass er mit diesem Korea-Team so abgeht, Alter. Auf jeden Fall müssen wir als Gast gehen mit der zweiten Halbzeit und das Spiel drehen, Alter. Ab geht's. Jetzt haben wir Chicaoui am Ball, der macht nen Rulette Rabona-Fact, geht jetzt in der Innen, Chicaoui. Chicaoui, Missgeburt, ja, schieß doch, du Arschloch. Ja, ja, Elfmeter, Alter, Junge. Komm, Freunde, wohin schießen wir, Alter, wohin sollen wir schießen? Wir schießen nach links oben, Alter, fuck, ich bin so nervös. Ja, 1 zu 1, Junge, sei, du Dumbia, macht hier den Elfmeter rein, zum 1 zu 1. Hier klatscht das Dinge längst in die Ecke, Mann. Bam, mit seinen verschiedenen Schuhen, Alter. Peter, komm mal runter, du Pisser, hein. Komm, jetzt haben wir Dumbia, neuer Skill, macht nen Drop, geht vorbei. Unten Chicaoui, oder wer ist es, Fernandinho, Rulette, schieß, Junge, Mann. Ja, schießt doch, mein Gott. Lauf, Junge, lauf, Emenike, lauf, Emenike, Emenike. Ja, 2 zu 1, 90. Minute, Alter, oh mein Gott, Alter. Der Befreiungsschlag von Emanuel Emenike zieht hier durch und bam, schmettert das Ding in hier oben links in die Ecke, Mann. Was ist los? Sieg, Freunde, Sieg, ey, das gibt's doch nicht, ey. Das war so ein krankes Spiel, ey. Der Gegner hätte genauso gut gewinnen können. Hier sehen wir rechts die Statistik. Also der Gegner hat auf jeden Fall sehr, sehr gut mit seinen Koreanern gespielt. Hut ab, hätte ich niemals gedacht. Ich hab gedacht, wir klatschen den jetzt irgendwie weg. Aber da sieht man, Freunde, es hängt nicht davon ab, in welchem Team man spielt, sondern wie man diesen Controller bewegt, Alter. Da hängt er nichts ab, ey. Ohne Witz, Freunde. Ja, das war's dann jetzt auch an dieser Stelle von unserem fünften Pink Slips. Und falls ihr auch noch die Möglichkeit haben wollt, gegen uns um Pink Slips zu spielen. Um Pink Slips zu spielen? Gegen uns um Münzen zu spielen, Freunde. Dann checkt mal unsere Facebook-Seite ab. Die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Dort losen wir, wie gesagt, immer die Gegner aus. Und ja, das war's dann jetzt auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über 6000 Likes freuen. Alles klar, euer Öni ist raus. Und falls ihr auch noch Münzen, PSN-Cards, Microsoft-Points braucht, alles unten in der Beschreibung. Wie gesagt, Freunde, haut rein. Macht's gut, Alter. Ich chill jetzt erst mal, Junge. 90. Minute dieser Befreiungsschlag. Kaum zu fassen, Alter. Kaum zu fassen. Ja, macht's gut. Haut rein. Und chill. Okay, reicht jetzt.